Herzlich Willkommen bei S1MATRIBAU TV und wir sehen es gibt nichts Neues Herzlich Willkommen bei S1MATRIBAU TV wir fahren gleich durch Feuerbach durch und auf dem Weg Richtung Ludwigsburg habe ich etwas entdeckt das finde ich total spannend jetzt kommt aber erst noch mal ein ICE weil wir in der S-Bahn sind weiß nicht ob wir so weit rüberschauen können auf jeden Fall die ersten Gleise werden verlegt so wie das aussieht danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal Ciao erneute Ausfahrt aus Stuttgart erneute Ausfahrt aus Stuttgart und trotzdem ist da ein Vorkommen und alles einsetzlich bitte achten Sie auf die Maskenbetriebe bis zu Gästen und zu gern ein Fahrlöfen und wir wünschen allen Fahrgästen eine angenehme Fahrt ihr habt gehört diesmal im RB das bedeutet man kann in der Wolframstraße nicht gut reinschauen aber dafür in Feuerbach Wolframstraße haben wir auch mit der S-Bahn gesehen ist noch nicht umgeleitet hat man jetzt auch nicht erwartet und hier sehen wir die zukünftige Haltestelle Mitnachtstraße und jetzt sehen wir gar nichts mehr also für alle die mit Wolframstraße und Mitnachtstraße nichts anfangen konnten jetzt haben wir ungefähr auch den Verlauf gehabt parallel zu unserer jetzliche Fahrt ist die S-Bahn und als nächstes fahren wir durch den Nordbahnhof und als nächstes fahren wir durch den Nordbahnhof mit Highspeed durch und im Hintergrund sehen wir die grossen Haufen so und jetzt gleich aus dem Pragtunnel raus schauen wir mal ob wir in Feuerbach was erhaschen können jetzt beginnt die Rampe also der erste Schotter ist da und die Gleise liegen breit und die Anschlussgleise liegen schon Danke fürs Zuschauen es sei denn ich komme bei der Rückfahrt nochmal schön vorbei dann gibt es noch einen kleinen Clip hinten dran ja das ging rutsch also danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal Ciao und bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal wauw und bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020